Also die Stopphilfe, wenn man jetzt von der Körperhilfe ausgeht, was die natürlichste und die passivste ist, wenn ich mir vorstelle, mein Pferd soll den Hintern einziehen, also im Becken abkippen, sagt man, Entschuldigung, das Pferd soll im Becken abkippen und die Hinterhand drunter setzen, werde ich im Sottel genau das Gleiche machen. Also wir haben es sehr schon besprochen, das ist vielleicht ein Fehler, der gerade bei Amateuren oft einmal passiert, dass man in der Show dann drauf vergisst und einfach mehr Hand benutzt. Also das ist wirklich etwas, was dem Pferd tatsächlich hilft, selber den Rücken rund zu machen, das Gesäß nach vorzuziehen, im Becken abzukippen und ein bisschen Gewicht in den Steigbügel. Ich bin kein großer Freund davon, die Beine auszustrecken und fast bis zum Pferdemaul zu gehen, aber du sollst doch die Fliehkraft so weit überwinden können. Benutzt du die Hand? Es ist wie bei allem von Pferd zu Pferd verschieden, aber ich benutze auch die Hand und auch in der Show. Dabei wäre es gut, wenn man die Sitz- und Stimmhilfe schon gegeben hat und einen Bruchteil einer Sekunde später mit der Hand erst kommt, damit man das Pferd nicht überrascht zu sehen mit der Hand, weil es da auch unschöne Bilder geben kann.